Als die Wehrmacht am 10. Mai 1940 in Frankreich einmarschierte, stand ihnen mit der französischen Armee einer der besten Armeen der damaligen Zeit gegenüber. Ein Sieger, ein Schneller war keineswegs gewiss. Zudem hatte Frankreich mit der Maschinollinie eine imposante Abwehrlinie aus Bunkern und Geschützen direkt an der deutschen Grenze geschaffen und somit große Teile derselben als Hauptangriffsgebiet ausgeschlossen. Und hier lag auch schon der Fehler, die Franzosen wie auch die Briten hatten zwar dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, doch sie ergriffen keine Initiative. Ihre Militärdoktrin war defensiver Natur. Die kommende Konfrontation würde ihrer Meinung nach wieder in einem Stellungskrieg münden. Sie wollten, wie auch im Ersten Weltkrieg, ihren Vorteil der Ressourcenmehrheit nutzen und sozusagen auf Zeit spielen. Als dann die deutschen Panzer durch die angeblich unpassierbaren Ardenn fuhren, waren die Alliierten zudem überrascht. All jene und noch weitere Faktoren führten letztendlich zur Kapitulation Frankreichs.